Hier ist Nürnberg. Hier ist der Klub. Neunmal deutscher Meister. 317 Siege in 997 Ligaspielen. 63 Jahre deutscher Rekordmeister. Einer der traditionsreichsten Vereine Deutschlands. Gründungsmitglied der Bundesliga. Mehr als 1300 Tore in 30 Jahren. Komm ins Klub-Expertenforum. Deine Stimme zählt. Du hast eine Meinung zum 1. FCN? Dann heißen wir dich herzlich willkommen. Willkommen beim Klub. Klub-Expertenforum. 40 Uhr sp 你l Stevenson. Willkommen beim Klub-Expertenforum. Erhard Fer